Was in Traditionen hineingedichtet wird. Ich nehme mal diesen provokanten Titel. Jeder von uns kennt Traditionen. Da gibt es die Tradition von Ritualen, da gibt es die Tradition einer Kultur. Da werden Traditionen erhalten und immer wieder weitergegeben, zu sagen, meine Urgroßväter haben das gemacht und ich mache das in ähnlicher Weise. Ich bin also ewiger Bergbauer oder sonst was. Das ist eine alte Tradition und ich folge dieser Tradition. Und Traditionen sind etwas Historisches, vormals gegründet, entstanden und dann kulturgebend, kulturbildend. Und das ist eben dann die Aufgabe der jeweiligen Tradition. Bei den Indianern meinetwegen, da ist es uns allen schon als Kindern etwas Gegenwärtiges zu sagen, diese Indianerkultur besteht eben aus den und den Dingen und damit beschäftigen wir uns. Und wir kennen sehr alte Traditionen. Wir können also sagen, meinetwegen im Hinduismus, der ist vor so und so vielen tausend Jahren entstanden und der hatte natürlich Vorläufer und der hatte eben auch wechselseitige Bedingungen zu anderen Spiritualitäten oder wir haben Buddhismus oder ein Christentum oder was auch immer, ein Islam und sonstige Dinge. Und diese Dinge bestehen zu einem guten Teil aus tradierten Auffassungen. Das heißt also irgendwann mal formulierten, niedergeschriebenen, weitergegebenen Auffassungen von Tradiertheiten, die man festgestellt hat, also meinetwegen ein Wissen, ein universales Wissen, ein Wissen, wie funktioniert die Welt, wenn man es jetzt ganz profan funktioniert. Und dann hat man eben formuliert, ja, dann musst du es so und so machen, dass du das Wissen halten kannst oder du musst dich eben in der Tradition, und das ist jetzt das Wesentliche, bewegen, um deinen Zustand, dein Leben zu erfüllen. Also wenn ich das Yoga nehme, jetzt aus dem Hinduismus kommend, ursprünglich Hinduismus kommend, aber wie gesagt auch andere Wurzeln, es endet ja nicht irgendwo, sondern es hat sich ja immer wechselseitig ergeben und bedingt, dann ist eben die Yoga-Auffassung die und die. Und ich will jetzt auf den Punkt kommen, dass wir in der heutigen Zeit meinetwegen das Yoga wieder so stark haben im Westen, bei manchen Menschen, hängt eben mit diesen Traditionen zusammen. Und wir glauben dann, Achtung, wir glauben dann oder wir vermuten, das Yoga hat die und die Essenz, jetzt als Technik, Beispiel Hatha-Yoga, also da seien jetzt die Leute angesprochen, die sich ein bisschen auskennen mit dem Yoga und das hat seinen Sinn und das interpretieren wir da rein, obwohl, Achtung, obwohl vormals, als das Yoga unter seinen damaligen Bedingungen, historischen Bedingungen entstanden ist, das eine ganz andere, ganz andere Welt gewesen ist, also ganz andere Bedingungen gewesen ist, waren, als wir heute hier hinein interpretieren. Ich will damit sagen, dass wir als Menschen immer wieder Traditionen folgen, von denen wir gar nicht wissen, warum sie damals in der restaurischen Umgebung so waren. Wir glauben das, wir spekulieren das, wir versuchen Belege zu finden, aber es ist letztendlich gar nicht mehr der ursprüngliche Zusammenhang oder das ursprüngliche Sein dieser Tradition. Ich will damit sagen, Traditionen sind wichtig, weil wir dann dem folgen, was vormals auch schon gedacht wurde oder gemacht wurde, aber sie haben immer wieder die Herausforderung, dass sie sich an die jeweiligen Bedingungen eines Lebens anpassen und dass wir auch immer wieder bereit sein müssen, etwas Neues zu formen aus diesen Traditionen heraus. Also der Respekt für Tradition, wenn ich es jetzt ganz profan formuliere, ist wichtig, das Anerkennen dessen, aber wir müssen uns immer wieder oder können uns immer wieder darüber im Klaren sein, bewusst sein, dass es nur eine spezifische Sichtweise ist, aus unserer Gegenwart hinaus in die Tradition hinein und wir natürlich nicht Traditionen dann deswegen über Bord schmeißen, aber immer wieder ganz stark anpassen müssen. Also wenn ich jetzt das Beispiel Yoga genannt habe, dann wird heute in das Yoga, ich sage ganz provokant, hineingedichtet, dass es so ist und dass es so wichtig ist und all diese Geschichten und wir vergessen, dass dann ein Yoga entstanden ist aus den damaligen historischen Bedingungen heraus, im alten Indien meinetwegen und unter bestimmten Menschheitsbedingungen, die dort gelebt haben und wir glauben dann, das sei die Weisheit an sich gewesen und spekulieren das in der heutigen Zeit ganz stark hinein. Also wir vergessen dann meinetwegen, dass die Menschen nicht die technischen Möglichkeiten hatten, wie meinetwegen, sie hatten einen Ball damals oder ein Ball als Gegenstand war da und durch den Ball bewegen wir uns, mir fällt es immer wieder auf, Ballspiele sind was Herrliches, was wir haben, also um diesem Bewegungsmuster zu kommen, wir haben heute differenzierte Sportarten, wir haben also, was die Bewegung anbelangt, die körperliche Bewegung anbelangt, unheimlich viel Potenzial, was im damaligen Indien, als das Yoga von bestimmten Bevölkerungsgruppen entdeckt wurde oder für sich in Anspruch genommen wurde, gar nicht vorhanden war. Und wir eifern heute einem vermeintlichen tradierten Yoga nach, das so seinen Sinn hat und spekulieren das hinein, das möchte ich damit sagen, ganz profan und ganz nüchtern betrachtet. Und das ist gar nicht mehr notwendig, weil wir beispielsweise das Bewegungspotenzial haben und in dem Bewegungspotenzial natürlich auch sowas, wie jetzt im, sagen wir mal, im ganzheitlichen Sinne eine Bewusstheit darüber, es ist ja nicht nur Bewegung, das Yoga, sondern es ist ja eine Spiritualität, Yoga als Reunion, als Union, als Verbindung zu dem, was es geben mag, Körper, Seele, Geist und all das, Spirit und diese Dinge. Und insofern tatsächlich auch in einem modernen Sport, wenn wir das jetzt als Pendant nehmen oder in unseren Möglichkeiten, Bewegung zu erkunden heutzutage und Wissen darüber zu erwerben, ganz wichtig ist und gleichzeitig eben auch das Leerwerden, das Nichttun, das Ausruhen, das Sich-Zurück-Nehmen, dass eben tatsächlich Innehalten etwas Wichtiges ist, was wir auch schon längst wissen oder was uns bekannt ist, dass wir nicht nur ewig Sport betreiben können oder uns bewegen und bewegen und eben dann nicht mehr loslassen, sondern zwanghaft und krampfhaft drauf sind und ständig unseren Sport betreiben, was einseitig wäre und jetzt meinetwegen dem tradierten Yoga nicht entsprechen will, weil das Yoga ist ja schon eine sehr starke ganzheitliche Auffassung von den Dingen. Das ist schon sehr wichtig zu sehen, aber nur diese Formen des Yoga, die sich überliefert haben im Laufe der Jahrhunderte, tatsächlich immer nachzueifern, zu sagen, das ist wesentlich und das andere ist nicht wesentlich. Also was wir geschaffen haben in einer modernen Welt, ich betone das, die moderne Welt, also die gegenwärtige Welt ist immer wieder die Herausforderung und nicht das ewige Anhängen an eine vermeintliche, spekulierte, und ich möchte nochmal betonen, spekulierte Tradition, von der wir glauben, dass sie so war und so gemeint ist für unsere Gegenwart, ist etwas ganz Wichtiges. Also immer zu sagen, die Botschaft drauf zu haben, letztendlich, wir sind immer in der Herausforderung, in unserer Gegenwart zu existieren und mit den Mitteln und Möglichkeiten einer Gegenwart zu sein und uns darüber bewusst zu sein und nicht nur irgendwelchen Traditionen, Auffassungen nacheifern. Also das geht bis hin zu den bibeltreuen Menschen, die nur bibeltreu sind und quasi nur ständige Bibelsprüche drauf haben, die sehr interessant sind. Und das ist sehr interessant, sich mit der Bibel oder mit Talmud oder sonstigen Spiritualitäten auseinanderzusetzen, aber man muss sich immer darüber im Klaren sein, dass es eine Gegenwartsthematik hat und dass ich mich immer einer gegenwärtigen Bedingung und damit eines gegenwärtigen Bewusstseins stellen muss und es auch neu formuliere und mich nicht scheue, es neu zu formulieren, als es ständig zu verkünden und zu verkünden und zu sagen, das ist die Weisheit und das haben wir. Also ich bin ein großer Anhänger von Spiritualitäten, aber nicht einer spezifischen Spiritualität, sondern immer in der Art, dass wir sie gegenwärtsorientiert formen müssen. Das ist etwas ganz Entscheidendes und führt dann eben vielleicht zu einer, sagen wir mal, Effizienz dieser Auffassung, nicht des Denkens. Das sind ja Denktraditionen oder eben Erkenntnistraditionen. Erkenntnistraditionen. Das ist vielleicht ein ganz schöner Begriff in dem Zusammenhang. Erkenntnistraditionen, die da sind. Und insofern eifern wir nicht etwas vermeintlichem nach, das mal vielleicht irgendjemand so formuliert haben mag. Und das wesentlich war im Sinne einer Verkündigung, die plötzlich über die Menschheit hereingebrochen ist. Es ist immer die Gegenwart, die zählt. Die Gegenwart, die der Herausforderung ist. Ich will damit sagen, was zum Beispiel um das angesprochene Beispiel des Yoga anbelangt so ist, dass wir heutzutage ganz andere Möglichkeiten haben einer Bewegungskultur, einer innehaltenden Kultur. Also das besteht ja ganz stark eben aus diesen Elementen Bewegung und damit eben Körperausgleich, Bewegungsausgleich Bewegungsausgleich und Entspannung oder innehalten oder nicht tun oder loslassen. Das sind ja so die wesentlichen Elemente und die sind immer anpassbar zum gegenwärtigen Augenblick. Insofern ist es eigentlich sehr begrenzt, nur einer gewissen Kultur nachzueifern, von der man glaubt, dass sie ehemals so war. Wir haben vollkommen verzerrte Sichtweise von historischen Bedingungen. Wir sehen einfach nicht mehr hinein, die Historie. Wir haben gewisse Belege und gewisse Übereinkünfte auch in dem Zusammenhang oder eben überlieferte Kulturen, aber schon in der Überlieferung haben wir ständig eine Veränderung, die auch da ist und vielleicht da in der Hinsicht einseitige Auffassungen von etwas. Sondern die tatsächliche Herausforderung, um das nochmal ganz abschließend zu sagen, ist, sich immer anders anzupassen, was in einer Momentanheit, was in einer Gegenwärtigkeit tatsächlich sein kann und was man da entdecken kann. Das macht uns als Menschen zufrieden. Also wenn wir ständig nur Tradition nacheifern, dann gehen wir schlichtweg an unserem Leben vorbei, an den Bedingungen unseres Lebens vorbei. Dann unterwerfen wir uns einer Fremdbestimmung irgendeiner Kultur. Es ist egal, ob Yoga, Christentum, Islam oder sonst was, was Mohammed mal gesagt hat oder der gesagt hat oder der verkündet hat und wir vergessen, dass die eigentliche Herausforderung die Unmittelbarkeit unserer Existenzbedingungen ist, immer wieder. Und das zu erfüllen und sich vielleicht auch von diesen einseitigen Tradiertheiten zu befreien, das ist so ein wichtiger Punkt, um da endlich frei zu werden, um die Bedingungen tatsächlich gestalten zu können, die notwendig sind in einer wie auch immer existierenden Gegenwärtigkeit. Was in Traditionen hineingedichtet wird, das wollte ich damit sagen. Vielen Dank. Vielen Dank.